hallo ihr lieben hier am jagdbrett von final fantasy 16 heute ist dran der zehn schläger wie ihr sehen könnt klasse b level 35 von dort der nächstmögliche reisepunkt ist tabor und ja freigeschaltet wird das ganze mit der quest aus den fugen belohnung 2200 ep 70 fertigkeitspunkte 9200 g 20 rum eine rotlegierung und ein meteorstein und dann wollen wir auch gleich schon los da wo es hier da sollte also dann auch mit der nächsten nebenquest weitergehen beziehungsweise dann auch die oft köst so und zwar soll der gute sein hier in in der mitte also südliche mitte der felder von koro war karaba kura war genau so ganz genau mal schauen näher schnell schnell reisepunkt gibt es leider nicht so ein bisschen komplizierter weg sehe ich hier kann also immer schauen wie ich hier rauskomme da muss ich da echt umrühren oder bin ich gerade schon ganz verpeilt ich glaube ich wirklich da hoch die edelsteine gehen nach canva und die kisten nach dalimel ich hätte vorher mal kommen soll ich da rauskomme also nicht da lang hätte ja auch funktionieren können glaube ich jetzt hier richtig vorbei ich muss noch eins tiefer so jetzt habe ich glaube ich man noch nicht so auf den tabor die freien städte werden belagert so dann geht es hier nach rechts jawohl bist du sicher dass die richtung stimmt nicht zu 100% bin ich mal gespannt auf dieses vieh keine zeit für euch das müsste jetzt vom weg her passen aber ne Vielen Dank. Und schön in den Ruin hier drin. Na dann. Steigen wir doch mal ab. Da ist er. Hässliches Vieh. Ach der sieht fast aus wie der neuen Deutsch. Okay. Ich höre frei. Dann kann ich gar nicht ausweichen. Dein Körper ist schwer. Ich höre frei. Ich höre frei. Ich höre frei. Oh der ist echt schnell. Ich höre frei. Klar. Ja. 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 Das war's für heute. Das ist hier! Da, Tauka! Nein, Kupfer! Das macht's! flinker als gedacht wahrscheinlich ein dessert fast ein bisschen zu bedauern so ich zeige euch noch mal auf der karte wo das hier ist also wirklich hier unten also man kann hier entweder um tiefer ankommen ich glaube die wege sind egal von wo man hier kommt ungefähr gleich lang ja genau ich sage vielen dank mir hat spaß gemacht den zu legen bis zum nächsten mal bye bye